1, 2, 3, 1, 2, 3, perfekt! Perfekt, perfekt, perfekt. Guck mal, es läuft doch wie am... Huch! Was habt ihr denn da gemacht? Ja, kommt mal her. Komm her, kommt her. Das mache ich euch hier eben zu, das geht hier nicht. Und das, ja, lassen wir so. Guck mal, jetzt haben die auch wieder schön viel Licht, ist das nicht schön? Und mit denen... Ja, oh Gott, den Hühnerstein muss ich hier auch noch machen. Oh, da muss ich mal schauen. Da muss ich mal schauen. Wie ich das dann machen werde? Oder er sagt in den nächsten vier Folgen, auf jeden Fall. So, an Anruferhalten von meiner Schwester, warum heute, warum? So, wenn wir mal fragen, was los war. So, dann, 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 dann muss ich mal schauen, was wollen wir denn mit dem Kies noch mal zur Seite legen. Wir können ja immer wieder was neu anfangen mit dem Kies, also von daher... Hauptsache schon mal haben ist besser als nicht haben und dann zu versagen. Und Versagen ist schlimmer als haben. Dann können wir die auch wieder zur Seite legen, weil wir haben davon noch mehr als genug. Ausgebaut haben wir auch. So, dann würde ich mal sagen, bauen wir den Stall nämlich, ich glaube, hier so. Und den wollte ich ja gerne wegmachen, aber wenn ich da sowieso einen Stall hinbaue, da kommt nämlich erstmal weg hier. Ich habe das Gefühl, dass er nicht weg geht von alleine, deswegen helde ich mal kurz nach. Da muss ich mal schauen. Ja. Weil ich glaube, den baue ich hier hin. Hier hinter. Da gegenüber fast. So ist das akzeptabel. Weil man ja die Fenster keinen Sinn. Ach, überlege mir irgendwann mal. Das haben wir ja jetzt soweit geschafft, ne? Ja, drüber. Das kann man noch. Das kann man noch akzeptieren. Und hier haben wir uns angepasst. Ja, ich würde es so lassen. Ihr könnt auch gerne mal unten in den Kommentaren schreiben, wie ihr es findet. Und genauso was wir noch hier zum Beispiel. Hier hinbauen können. Das könnt ihr auch mal gerne reinschreiben, weil wir haben hier auch so viel Platz, ne? Ich finde das so geil. Ey, ich finde die Aussicht so oberaffen geil. Die aussieht, die ist einfach nur Baba. Vor allem noch mit dem Shader dazu, ne? Einfach. Vor allem, das ist so groß. Und hoffen wir, komm. Wir gucken uns das mal an. Ich war, ich habe mir das noch nie so richtig angeguckt, wie die Insel aussieht. Machen wir mal. Gucken wir uns das Ganze mal an. Weil das sieht einfach nur so unglaublich schön aus. Und vor allem traurig, dass ich das noch nicht so richtig angeschaut habe, was hier so alles ist. Lol, wir haben sogar Lava hier oben. Ach, so groß ist sie gar nicht, ne? Wir haben hier Birkenbereich plötzlich. Ja, wir haben hier Birkenbereich. Da hinten haben wir Schwarzwald. Hier haben wir Birkenbereich. So viel Land vor allem. Man kann hier so viel bauen, aber ich habe einfach nur keinen Plan, was ich bauen soll. Dann kommt hier wieder Eichenbereich, glaube ich, ne? Oder? Was haben wir hier? Hier haben wir nur dieses Diorit. Hier haben wir ein Eichenholz. Eichenholz, Eichenholz. Mit leichter Birke. Ja. Dann haben wir hier wieder Birke. Da hinten alles voll mit Birke. Wir haben Bambus. Bambus haben wir auch noch gar nicht. Geil, erstmal Bambus mitnehmen. Ganz zufällig Bambus gefunden. Cool. Cool, cool. Sand müsste ich... Ah, habe ich, glaube ich, alles verbraten. Warte mal. Dann klauen wir hier nochmal ein bisschen Sand. Hat keiner gesehen, dass ich Sand klaue. Machen wir mal kurz so hier. Zack, das war schon so alles. Guck, das hat sich dann... War schon so. Ich habe nichts getan. Hier haben wir eine freilaufende Kuh. Ey, vor allem, dass dieser See, der ist so groß und so schön. Und dann sind wir auch schon hier. Okay, aber jetzt so, dass es richtig ins Meer reingeht, ist leider nicht der Fall. Leider. Würde ich auch feiern, wenn das so wäre. Und dann, wir haben ja hier unseren See, ne? Ja. Was haben wir denn hier angepflanzt? Kartoffel? Kartoffel, ja. Eins, zwei, drei. Da können wir hier nicht immer Bambus reinwachsen. Die wachsen ja auch da hinten. Das hieß rein theoretisch, die erste Schicht können wir wegmachen. Und das Ganze einmal so machen, damit wir Bambus haben. So. Sehr schön. Wobei Bambus auch auf Dingser wächst, aber wir lassen, wir packen das mal in die, in die Kiste da drüber. Aber ich sag, die Aufsicht, die ist so geil. So eine... Was ist denn da passiert? Das ist, glaube ich, Eichenholz, oder? Komm, dann machen wir mal hier Eichenholz rein. So. Dann schauen wir mal kurz, was auf der anderen Seite so ist. Wenn wir den... Ach so, ich glaube, da ist Schluss, ne? Ja, hier ist Schluss. Aber es wäre doch schön, wenn wir den See zum Beispiel weiterbauen würden. Zu dem anderen See, aber da müsste ich hier einmal durch. Ne, aber hier können wir es... Machen. Was haben wir hier? Da geht es in der Höhle runteratmen. Bruchstein, das heißt, hier war schon einer drinnen. Ob ich hier drinnen war, weiß ich gar nicht. War ich hier drinnen? Oder war einer von meinen Schwestern hier drinnen? Das ist eine gute Frage. Geht auch nur hier, doch. Das geht weiter runter, okay. Ähm... Ich glaube, da mache ich euch jetzt den Fuß schöner. Weil das ist auf jeden Fall Cobblestone. Also da war auf jeden Fall einer drinnen. Ob ich da jetzt drinnen war, ist eine gute Frage. Also hier haben wir einen Fluss und der geht dann... Ach, du Kacke. Das ist so eine schöne Landschaft, ne? Und der geht noch weiter. Ah, ein pinker Oktopus. Oder den Fisch. Oder Tentakel. Alter Schwede. Warum sehe ich das erst jetzt vor allem alles? Also wir bauen auf jeden Fall jetzt einmal den Fluss aus. Ähm... Wo geht der denn hin? Das würde mich interessieren. Wo geht der Fluss jetzt hin? Da mache ich einmal direkt frei. Hier baue ich das. Hier baue ich einmal direkt frei. Weil ich finde das voll schön, wenn das so ist. Komm, machen wir das einmal so, damit es nicht ganz so künstlich aussieht. Algo oder was? Was haben wir hier? Ach, du. Und hier kann man sagen, haben wir eine Quelle, ne? So gesehen. Unglaublich. Guck mal, hier haben wir auch so viel Sand. So, dann mache ich auch nochmal frei. Hier geht es auch nochmal runter. In der Höhle. Ja. Will ich aber jetzt ungern hin. Und wir machen immer nochmal... Ah, guck mal, meine Spitzsäcke ist gleich wieder kaputt. Die Spitzsäcke ist gleich wieder kaputt. Ähm... Okay, mache ich das irgendwann anders. Dann laufe ich jetzt einmal nochmal zurück. Aber ich bin gerade voll geflasht, wie schön die Landschaft aussieht. Wo ich bin. Vor allem, das ist auch noch ganz zufällig. Das könnte ja auch ganz anders kommen, ne? Und vor allem, ich bin einfach dritt hier neben gespawnt. Gut, der Baum, den hacken wir einmal ab. Der gehört hier nicht rein. Habe ich den gleich? Ja, komm schon. Perfekt, der gehört hier nicht rein. Ähm... Dann kam ich ja von hier. Den Baum hacken wir auch einmal ab. Und machen dann hier einmal. Einmal frei. Ich möchte so einen laufenden Fluss haben. Machen wir mal so, hier erstmal. Und dann mache ich von hier auch nochmal. Den Weg hier einmal durch. Den nehmen wir auch nochmal mit. Bis hier, alter, geil. Geil, geil, geil. Wir haben schon wieder abends. Dann gehen wir mal eine Runde schlafen. Dann kümmern wir uns um den Fluss, würde ich mal sagen. Dass hier ein Fluss durchfließen wird. Ich finde das schön. Aber ich glaube, ganz so weit machen wir das nicht unbedingt, ne? Weil nach da hinten laufen wir sowieso nicht so oft. Sondern hier so ein bisschen vor der Haustür, sage ich mal. Machen wir das eben. So, dann gehen wir einmal eine Runde schlafen. Äh... So, dann machen wir uns nochmal eine neue Schaufel. Wir brauchen einen Eisen dafür. So, und kümmern wir uns jetzt um den Fluss einmal. Und so haben wir auch vor allem wieder eine schöne Abwechslung mit drin. Die Axt hält noch was aus. So, das halt. Wir machen einmal hier... Einmal so eine Viererbreite. So, von alleine macht er auf jeden Fall, dann muss ich ihm nachhelfen gleich mit dem Fluss, ne? Auf jeden Fall. So, ähm... Dann muss man mal schauen, auf welcher Ebene. Auf welcher Ebene ist denn der? Ich glaube, auf der gleichen Ebene sogar, ne? Moment, einmal mache ich den Fluss da hinten zusammen zu einem. Das mache ich hier als erstes. Machen wir das eben kurz hier so. Ganz unprofessionell. Äh, einmal haben wir ja dabei. Perfekt. Haben wir das dann soweit? Ja. So, dann einmal rüber zum nächsten. Äh, den hier machen wir auch nochmal weg. Den hier genauso. Hier sieht es irgendwie so eng leicht aus. Wir machen das eben so. Und dort ist er ja... Den habe ich ja verbunden dort, ne? Genau. Genau, den hatte ich ja. Guck mal, das ist noch einer. Ja, moin. Und das sind Fische. Ach, guck dir mal diese Fische an. So, ähm... Brot, 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 Brot. Warum denn ein Damebrot? So, ähm... So, ähm... So, ähm... So, ähm... Vielen Dank.